Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Brüxelos. Heute zeige ich euch nichts, sondern ich wollte nur eine Ankündigung machen. Wenn wir 200 Abos vor Ende des Jahres erreichen, also vor dem 31.12.2022, werde ich 100 Euro im Wert von Lego verlosen. Halt praktisch, ich werde dann am 31.12.2022, also wenn wir die 200 Abos erreichen, auch von davor, das wäre super, das fehlen ja auch praktisch 60 Abos, also das ist nicht so viel. Also wenn wir dann die 200 Abos erreichen, mache ich ein Video und der erste Kommentar unter diesem Video kann ich sofort mit seiner E-Mail, kann einfach seine E-Mail kommentieren und dort, oder einfach, auch wenn er vielleicht nichts vom Gewinnspiel mitgekommen, da hat er sogar Glück, denn er gewinnt dann was. Ähm, halt, ähm, der erste Kommentar im Video kann sich die Sets aussuchen, zum Beispiel 2.50 Euro Set oder, keine Ahnung, 10 Battle Packs, könnt ihr euch wirklich frei aussuchen, aber ja, halt, 200 Abos bis Ende 2020, schaffen wir das? Ich würde sagen, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal, bis dahin, ciao, ciao. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal.